Ja, so schnell kann ich gar nicht gucken, wie ihr das esst. Ich komme überhaupt nicht mehr mit. Ja, Moment. Du, erst mal der Schnauzi. Der hatte nämlich gerade nichts, ne? Ey, Kalli! Das gibt doch gar nicht der kleine Sack. Ihr kriegt nur kleine Stückchen. Ihr habt doch gerade erst von dem anderen gehabt. Der Schnauzi hatte doch nichts davon gehabt. Komm hier, du Silo. Ja, Steli. Moment. Du lieber Gott, das sind die beiden Päckchen schon weg. Ihr seid doch eine gefräßige Bande. Das gibt doch ja nicht. Warte mal. Eigentlich solltest du dicke gar nicht so viel kriegen. Dann kriegst du mal mehr Speck auf deine kleinen Rippchen, ne? Obwohl du so viel läufst, kleine Maus, ne? Ja, das kriegst du dann aber auch noch, Schnauzi, ne? Ja, das kriegst du dann auch noch, mein Schnauzel-Bauzel. Ja, ich lass dich ja in Ruhe essen, ne? Ja, halt mal wieder feine Leckerlis, hm? Und wie schnell die verputzt sind, das gibt es gar nicht. Ihr seid doch echt ein paar Säcke. Alles schon weg? Ihr seid ja wahnsinnig. Also mehr gebt heute nicht, meine kleinen Zwerge. Ich geh jetzt mal zum Paulinchen. Ja. Hm? Paulinchen. Ja, Dagi, du magst das nicht. Du kriegst hier gleich wieder lecker Multivitaminpaste. Und hier die Dinger, ne? Ja, Simba. Ja, da kommst du schon, ne? Hm? Das sollst du sehr schön hören. Super.